Die Sonnenbatterie ist wirklich das Herzstück unseres Hauses, weil eben unser Bestreben war, dass wir unser eigenes kleines Kraftwerk bauen, wo wir uns selber mit versorgen. Und da sind wir richtig stolz drauf und das hat nur mit Sonnenbatterie geklappt. Wenn in Berlin die Sonne scheint und bei uns im Allgäu regnet, dann kriege ich die Sonnenenergie von Berlin. Und so machen wir es dann wieder rundherum. Wenn bei uns die Sonne scheint, dann schicke ich da hin, wo es regnet gerade und keine Sonne scheint. Die Sonnenbatterie ist die Sonnenbatterie, denn ich finde das Produkt, eine gute Garanzierung, eine gute Erfahrung auf der Seite. Die Sonnenbatterie ist die Sonnenbatterie, die Sonnenbatterie, die Sonnenbatterie, die Sonnenbatterie und affordableer Energie für alle. Being independent is also, saves the planet, it keeps the planet from being over-polluted. We have the most sun here, probably in the entire United States, it's in my opinion a crime not to use it. I would recommend the Sonnenbatterie to people, and I have, you know, I've spoken to people at work about it, my wife has posted it on Facebook, there's just a lot of amazing things about it that we'd like to share with people. Declare your energy independence with Sonnen. 1 2 3 1 2 2 2 Vielen Dank.